Julian, Doppelpack Metzler heute mit einem breiten Grinser im Gesicht. Ich glaube, dein Fake-Club hat sich gefreut. Wie fühlt es sich an? Ja, ich denke, Doppelpack ist gut und recht. Passiert nicht allzu oft bei mir. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass wir heute zwei Punkte mitnehmen. Die ganze Mannschaft hat eine Goude und es gibt ein gutes Gefühl für die nächsten Tage. Jetzt ist man einmal frei. Jetzt geht es einen Zapfen runter und dann kann man mit frischer Energie in die nächste Woche rein. Du hast ja unglaublich gearbeitet. Du warst vorne zu finden, du warst hinten zu finden, aber trotzdem strahlst du über beide Hohen. Ich glaube, das ist ganz verdient, oder? Ja, ich habe einen guten Sommertraining beim Dillern. Ich bin immer ein kleiner dran und natürlich habe ich einen guten Schliff da oben. Dann passt das. Wie ist die Stimmung im Team jetzt in der Kabine drin? Ja, jetzt gerade noch besser als sonst. Wir haben immer eine gute Stimmung drin. Wir landen es nicht runter. Wir wissen, dass wir zusammen wie eine Familie sind. Wir wissen, wie wir miteinander sind und ich denke, den Gast durch dick und dünn sind wir. Das klingt toll im Team-Spirit. Danke, Julian. Gratuliere. Genießt es. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.